Eyo Leute, willkommen zum Fragenfreitag. Ja ihr seht schon keine Facecam. Das liegt daran, dass ich heute extrem beschissen aussehe, aber ich natürlich trotzdem ein Video bringen möchte. Und dann fangen wir einfach an. Ihr seht schon, heute erkennst du die Spiele für den Gameboy an einem Bild. Früher in den 90ern hat man immer viel Gameboy gespielt. Deswegen hoffe ich, dass ich dem Chris ganz gut bin. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Du konntest Super Mario Land durchzocken und hast jeden Endgegner im Schlaf besiegt. Im Schlaf nicht, aber ja. Du weißt, wie die Rakete bei Tetris aussieht. Dann sollte dieses Chris kein Problem für dich sein. Kannst du die folgende Gameboy-Spiele an nur einem Screen erkennen? Gucken wir mal. Screen 1 ist auf jeden Fall Kirby. Ich glaube, dass es Kirby's Screen Land ist, weil Kirby's Pinball Land stelle ich mir jetzt einfach anders davor, weiß ich nicht. Ich habe Kirby nie gespielt, aber durch Nintendo kennt man Kirby natürlich. Und Kirby Stream Land ist richtig. Bild 2. Also Kirby ist es natürlich nicht diesmal. Zelda will ich glaube ich auch erkennen. Und das Letzte hier, das kenne ich jetzt nicht. Und ich sage einfach mal, dass es das Letzte ist, weil das kenne ich nicht und das könnte es dann sein. Ja. 3. Erste ist Super Mario. Aber nicht Super Mario Land 1. Sondern das müsste das 2 sein. Ja, auch richtig. So. Bild 4. Also Donkey Kong ist es nicht. Das würde ich auch erkennen. Es sieht auch nicht aus DuckTales aus. Müsste Dr. Mario sein. Habe ich zwar nie gespielt. Müsste es aber eigentlich sein. Das ist Donkey Kong. Ja gut, das allererste Donkey Kong könnte es natürlich sein. Das kenne ich nämlich auch nicht wirklich. Aber okay. Gut. Fünf. Man sieht schon, da ist eine Mickey Maus. Deswegen ist das ganz ganz einfach. Mickey Maus. Bild 6. Das ist Wario. Und da hier nur ein Wario Land gezeigt wird, ist es das wohl das erste. Meiner Meinung nach auch das beste bisher. Was für den Game Boy rauskam von Wario Land. So, die 7. Das ist auch nicht allzu schwer. Denn hier sind Karotten. Karotten. Wer isst Karotten? Hasen. Und welche Hasen sie angeben? Bugs Bunny. Auch richtig. Die 8. Das ist Pokémon. Ich denke, das wird fast jeder erkennen, dass es Pokémon ist. Und das ist hier wohl die blaue Version von Pokémon. Ok. Die 9. Auch eindeutig. Das ist Zelda. Wobei, jetzt sehe ich es auch. Es hat schon sehr Ähnlichkeit mit Pokémon. Eigentlich nur am Charakter kann man das erkennen, dass es zwei verschiedene Spiele sind. Zelda. Bild 10. Yoshi's Cookie, Donkey Kong, DuckTales. Also diesmal ist es Donkey Kong auf jeden Fall nicht nochmal. Ich kann den Charakter hier ganz schlecht erkennen. Yoshi's Cookie, DuckTales. Habe ich beides nie gespielt. Es könnte mit ein bisschen Fantasie Dagobe Duck sein und daher DuckTales. Ich kann es echt nicht sagen. Ich nehme jetzt DuckTales. Ist aber richtig. So. Bild Nummer 11. Äh, dann das ist jetzt Dr. Mario. Man sieht es hier ganz, ganz eindeutig hier mit dem Charakter. Also, Dr. Mario ganz klar. Ja. Ich weiß auch nicht genau, was für ein Spiel ist das Dr. Mario. Sieht jetzt aus wie so ein Tetris-Spiel. Die 12. Ja. Dann ist das wohl Yoshi's Cookie. Aus dem Grund, dass wir die anderen beiden Spiele schon hatten und da ich da auch einen Yoshi sehe. Ist das ein Cooper da oben? Nein, das ist Yoshi. Ja, das müsste Yoshi's Cookie dann sein. Weiß ich auch nicht genau, was für ein Spiel das ist. So, 13. Und das Spiel, das habe ich ja geliebt und das kennt auch wirklich jeder. Das ist Super Mario Land das erste. Da war Daisy noch irgendwie die Prinzessin von Mario, keine Ahnung. Aber das war, wer das nicht kennt, echt traurig. So, du warst früher Gameboy sucht die 12 von 13 richtig. Ja, das stimmt wirklich. Also, Super Mario Land habe ich wirklich keine Ahnung. 20 Mal oder was durchgespielt. Ja, das war jetzt wieder ein kurzeres Video. Das liegt aber auch daran, dass es eben auch relativ einfach jetzt für mich war, weil ich früher ein Gameboy hatte und natürlich Gameboy geliebt habe. Und man es meistens schon an einem Charakter hier erkennen konnte, was für ein Spiel das ist. Naja, das war so wieder ein Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Natürlich auch ohne Facecam. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ihr seht hier jetzt noch zwei weitere Videos mit mir eingeblendet. Und links in der Ecke könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Sehen Sie in den 90ern. Bye, bye.